Servus, Grüezi und hallo, da sind wir wieder beim SimCity Let's Play von TripleLP. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir heute stehen geblieben das letzte Mal. Ja, will jemand, äh, Ausbildung? Schule, die Klassenzimmer, was? Ganz gut, ja, noch einzelne Kinder schwächeln. Können Sie bitte genauer darauf achten und schauen, dass wir wirklich alle Unterricht besuchen? Mach ich. Ähm, siehst du, da könnt ihr mal gucken. Schule, Bildung, 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 Schule, äh, bitte, 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 äh, wir sehen einen Wald voll laute Bäume, nicht da. So, nicht angemeldet ist lila. Haben wir zu wenig Schulplätze? Sollte ich mehr Schule bauen? Sollte ich mehr Schule bauen? Das sind ja nicht viele, ne? Ich könnte höchstens hier beim Guminasium, könnte ich, äh, noch ein Klassenzimmer zu, äh, hinzufügen. Das machen wir mal. Warte mal, ich hab ja Kapazität von 1000. Gestern und da richtig 1300, okay. Dann machen wir doch mal noch einen Erweiterungsflügel, den setzen wir gleich mal hier hinten schön hin. So. Ich ahne grad was Schlimmes. Ich hab ja aus irgendeinem Grund grad so keine Einnahmen. Megaturm ist zurückgegangen. Megaturm ist zurückgegangen. Alter. Also wenn da so ein Megaturm mal einbricht, dann ist das schon böse, ne? Das zieht dann schon dermaßen. Runter. Abwasserhammer. Was ist da? Was? Brecher werden nachts noch dreist. Die aktuellen, was sag ich das denn? Maxis Mann. Mal wieder losschicken. Den vergesse ich jedes Mal. Ich brauch Money. Money, Money, Money. Wieso krieg ich kein Money? Äh, Ausnahme, Einnahmen. Einnahmen heute. Ihr seid nicht so zufrieden hier, ne? Aber das passt. Und du warst noch, oder? Irgendeine Etage. Das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Da. Okay, das was rot war. Geht wieder ein bisschen zurück. Aber wieso geht denn... Wieso bricht denn das manchmal so ein? Wir hatten ja vorhin viel mehr. Also 50.000 hatten wir. Es hat locker 8.000 jetzt eingebrochen. Ich sollte mich vielleicht doch nicht zu extrem auf Megatürme konzentrieren. Zumindest krieg ich immer wieder Geld hier durch Prozessoren und so Zeug. Ich sollte schauen, dass die Leute ein bisschen zufriedener werden hier. Vor allem. Was denn da? Abreißen. Furchtbare Grundstückspreise. Dann gucken wir nochmal, ob wir sowas hier ein bisschen verschönern können. Setzen wir gleich mal so einen Plaza hin. Ähm... Machen wir das da hin. Und... Na komm. Dann reißen wir dich gleich ab. So. So. Ähm... Diese minus 6.000 gefallen mir gar nicht hier. Auch wenn ich langsam immer mehr Geld kriege. Hier, ich verkaufe Prozessoren wie ein Bekloppter. Das ist doch alles hier. Das ist doch... Oh, äh... Das ist fertig. Kann ich was Neues erforschen? Äh... Wellenkraftwerk? Nein. Nein. Fusionsreaktor. Etage. Könnten wir mal. Das wär zumindest was. Aber wann kann ich denn upgraden? Äh... Erforschen. Upgrade 4. Abschlussforschungsprojekt Stufe 3. Oder anders der Akademie. Hab ich doch. Holen Sie sich... Abschlussforschungsprojekt der Stufe 3. Achso. Ich muss jetzt mal hier ein Forschungsprojekt beenden. Aber ich hab jetzt die Sky Bridges. Da müssen wir nochmal gucken, inwieweit wir da jetzt hier bauen können. Service. Dachetage. Dachetage. Nein, das war da nicht. Äh... Megatürmer. Da. Sky Bridges. Wie baut man die? Skybridge verbinden sie. Okay. Warte mal. Machen wir da hin. Wie baue ich... wie baue ich ein Sky Bridges? Äh... Bin ich jetzt gerade so blöd dazu? Oder... Warte mal. Melide Megatürme. Du hast dieselben Sky Bridges. Achso. Warte mal. Warte mal. Alter, bin ich jetzt zu bescheiden dazu? Äh... Warte mal. Eine Sky Bridge zu bauen? Oder warte ja. Oder brauche ich dazu eine spezielle Etage? Sicherheit? Park? Dachetage? Nein. Nein, nein, nein. Äh... Machen wir mal auf jeden Fall sowas, wenn wir schon einmal dritt da sind. Ich will wissen, wie man jetzt ein Sky Bridge baut. Jetzt habe ich die extra erforscht. Erforscht? Jetzt will ich auch wissen, wie man die baut. Verbinden sie? Ja. Das so. Wie... baut man das? Alter Schwede. Also wenn ihr wisst, wie man eine Sky Bridge baut, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Ich muss doch irgendwie... Dichter hier... mit... Dichter hier... Dichter hier... Aber... Ich rall das gerade echt nicht. Sorry, wenn ich gerade so blöd dazu bin, aber wie baue ich bitteschön eine Sky Bridge? Ich habe sie freigeschalten, deshalb ich verbinden sie mit dieser erhöhten Magnetspur. Mehrere Megatürme erlauben sie, es den Sims auf diese Art zwischen den Megatürmen hin und her zu bewegen. Vielleicht werden sie die Sims nie mehr auf den Straßen angewiesen sein. Nur wie baue ich die? So, ich kann jetzt hier so einen Megaturm komplett anklicken. So. So. Kann nicht. Ich kann aber auch nicht jetzt hergehen und sagen... So. 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 Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wenn ich das hier aber ausgewählt habe, kann ich aber außer das da unten nichts mehr anklicken. Ich kann das aber auch nirgendwo hinziehen oder so. Äh, ich glaube, da muss ich, wenn die Folge hier vorbei ist, echt mal offscreen technisch mal gucken, wie man Skybridge das baut. Ich bin echt. Ich habe hier zwei Megatürme und die sind dafür da, um zwischen Megatürmen verbinden zu können. So. Ich möchte ganz gerne, was ich den da mit dem verbinden. Aber, wie? Hm, na gut, ich will jetzt nicht die ganze Folge jetzt hier versuchen, das Skybridge zu bauen. Das werde ich offscreen da nochmal nachschauen. Äh, was willst du jetzt hier? Äh, Oberbürgermeister, wir müssen an die Zukunft decken. Diese Stadt wächst immer mehr und wir haben einen grenzten Raum zur Verfügung. Große Archeologie. Nein, ich mag die nicht. Ich will mein Weltraumzentrum bauen. Wie ist denn da die Forschung? 28 Prozent. Oh, ich bin auch mittlerweile money-mäßig wieder in Plus. Das ist sehr schön. Und, brauchen wir da irgendwas? Natürlich brauchen wir da alles. Obere Einkommensschicht. Ja, das ist ein bisschen folgendes. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich noch ne, äh, ne Deluxe Megaton baue. Und zwar, wohin? Was sieht's denn hier aus? Könnten wir eigentlich da hinpflanzen. Oder wir pflanzen das da hier hin. Äh, da unten haben wir, oder wir pflanzen das da rein. Ähm, da haben wir Kranken, Gezeugs, Park, Skybridge. Ähm, ich glaub hier oben wär's fast am gescheitsten. Weil, komm ich gleich drauf zurück. Ich krieg ja, so. Ich krieg ja jetzt da hier unten angezeigt, Bedarf. So, jetzt wird aber nicht mehr nur, nachdem jetzt auch jemand da hier ist, ähm, nicht mehr nur der Bedarf von meiner Einst- Oh, ich hasse das. Nicht mehr nur von meiner Einst-Stadt hier gezeigt, sondern, so, sondern auch, ähm, von der ganzen Region. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder besser, wenn jetzt eine andere Stadt, ja, wenn jetzt eine andere Stadt, äh, Einwohner braucht, dann wird mir das auch angezeigt. Weil das jetzt dann alles so übergreifend ist. Dumme ist nur, kann's ja ein bisschen abreißen, dass man es oft nicht unterscheiden kann, ist das jetzt bei mir, oder ist das woanders. Auf jeden Fall brauchen wir noch Einwohner. Wie man hier sieht. Nachfrage, ich will gerne nämlich noch gehobeneres machen, da hier. Das bringt nämlich zu einem auch Geld. Was meckert denn jedes Mal Abwasser? Abwasser haben wir doch genug. Wir produzieren genug, Kacke. Das kann weg, das kann weg, und halt. Das kann weg, das kann weg. Da wird immer wieder gebaut. Wollen wir wetten? Genau. Habe ich doch gewusst. So, jetzt. Weg, weg. Gut, das war's. Jetzt stellen wir da noch einen Megaturm rein. Äh, Megaturm. Und zwar einen Elite-Megaturm mit Einwohnern. Stellen wir so rein. So. Schön, Einwohner. Ich schwöre mit mir machen, der Skypatch baut. Etage im Bau. Das ist doch... Gut. Straßen. Und da pflanzen wir hier direkt daneben eine hin. Und können da hier wieder... Einwohner reinmachen. So. Was brauchen wir denn noch? Mittlere Stufe. Und Industrie. Dann machen wir hier doch mal jetzt... Büro mit Tech. Rein. So. Du willst dieses ultimative Solar-Ding haben, oder? Äh... Großprojekt zur Alar-Anlage. Nein, außerdem forschst du grad sowieso. Ähm... Das andere Dingens. Ach ja, Müll, Müll, Müll. Da war doch was. Müll. Du bist leer. Das heißt, ich deaktiviere mal. Und ich reiße mal ab. Mach ich. Jetzt muss ich nämlich mal kurz schauen, wie ist denn hier das mit der Bodenverschmutzung? Das war's, du. Geht eigentlich noch. Wenn, dann ist es da hauptsächlich. Gut. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, gerade Omega läuft. Da ist alles voll. Da ist auch alles voll. Wie sieht's hier aus? Öl ist alles da. Öl ist alles da. Erze. So. Ich glaube aber, ich werde, wenn wir hier Erze haben, hier auch nochmal Erze hinsetzen. Also die Ärzte. Na, haha. Nein, ähm... Ah, ich hab keinen Platz mehr. Wir können bei den Dingen immer nur vier Stück machen. Okay. Hätte ich dann nämlich doppelt einkaufen können. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Wo geht das Geld denn mit? Aber ich könnte mal was zahlen hier. Annehmen. Annehmen. So. Hat zwar jetzt weniger Geld, aber dafür bin ich wieder ein Plus. Was warst du? Du erforscht noch. So. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, was Sache ist hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch Dinge ins. Ich möchte ganz gerne hier mal so eine Hightech-Büroetage reinmachen. Ja. Ja. Baubeginn. Sieht alles ganz gut aus. Stro-ääh... Poli-dai. Wo ist denn eigentlich nochmal unser Polizeirevier? Sieht's denn hier aus? Da. Das habe ich, glaube ich, eh schon bis zum Maximum ausgebaut gehabt, ne? Vor allem muss ich jetzt mal gucken, was hier eigentlich meine Bürger meckern. Was wollten die eigentlich? Wo ist mein Rathaus da? Jetzt ist keiner mehr da. Hm. Gehen abends anscheinend auch mal schlafen. Kann ich hier was upgraden? Nein. Ähm. B-b-bom-b-bom-bom-bom. Was wollen die jetzt machen? Polizei. Polizei. Die machen wir mal. Und zwar... Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier eine Straße hochziehen und dann hier mal die Polizeien setzen. Es war zwar das Thema, solche Sachen auch mal woanders hinzubauen. Aber... Ich mache das jetzt doch mal hier hin. Polizei-Revier. Du hast jetzt Polizei-Revier, ne? Genau. Wieuuiuiuiuiuiuiuiuiui. Was gibt's denn jetzt hier Feines? Äh, natürlich ganz wichtig, ohne Schilddrück keine aus. Dann brauchen wir Einsatzfahrzeuge. 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 Oh, die brauchen wir aber ganz schön hier kosten. Einsatzfahrzeuglimit erreicht. Dann machen wir noch eine Polizeieinsatzturm. Was ist das? Die Drohnen. Dann machen wir noch ein Verbrechungsbekämpfungsflügel. Dann machen wir noch Polizeilandeplatz. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Ich habe kein Geld mehr. Ich glaube, das war gerade ein bisschen zu viel. Und ich sollte vielleicht mal überlegen, wenn ich schon so viel Polizei habe, ob ich denen dann nicht mal hier ein bisschen was abgebe. Komm, dann machen wir mal hier solche. Dann machen wir noch so ein. Was ist denn das nochmal? Verbrechungsbekämpfung und zwei Hubschrauber. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle reinkommt. Krankendings, Krankenhaus müssen wir auch noch bauen. Komm, von den Chemiedingern geben wir auch mal einen ab. So. Es wäre schön, wenn ich was einnehmen würde. Was sieht es denn hier aus? Prozessoren können wir verkaufen. Komm. Hier. Plastik bauen wir. Da. Prozessoren verkauft. Sehr schön. Jetzt will ich wissen, wie ich will jetzt. Mich macht das. Mich macht das vorrikt. Da gibt es aber nicht irgendwie sowas wie einen Andockpunkt oder sowas, wo man da sagen könnte, klick, klick, klick an von der Stelle zu der. Ich brauche doch da aber auch nicht von der Dachetage. Oder geht das nur von bestimmten Stockwerken? Ich kann doch das Ding auch nicht daher. Egal, was ich da anklicke. Ich kann da nicht irgendwie sagen. So, verbitt mir jetzt von da nach da. Wahrscheinlich. Ich denke mir halt nur mal ganz grob, dass ich jetzt sagen muss. So, ich will jetzt hier von da nach da. Also sprich ich mir das an. Und von da nach da. Wenn man mich fragt, ist das Buggy? Das ist doch hier zum Mäuse melken. Müll. Was? Schaut doch gut aus. Da ist hier keine Müll. Ne, hat jetzt verschmutzt. Es liegt überall. Ja, ja, klar. Hallo. Da Recyclingleute sind bei mir. Ich habe eigene Recyclingleute. Dann habe ich noch. Ja, okay. Da hinten ist ein bisschen Müll. Aber dann sitzen da drüben noch ein Haufen Mülldinger, die dann herkommen. Also hier vom Becken hier verträgt. Man, jetzt habe ich mich so drauf gefreut, hier ist, äh, die Skybredges zu bauen. Zu wenig Drohnen. Zumindest wird das wieder besser. Von minus neun auf minus sechstausend. Alter, langsam ist hier wirklich auch wieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz Verkehrslager anschauen. Es geht aber eigentlich noch. Es sind zwar ein paar vereinzelte Staus, aber ganz ohne wird es nicht laufen. Aber, es geht. Mich riecht das jetzt auf, dass der jetzt die ganze Zeit meckert von wegen Müll. Ich bin durch zwei Firmen abgedeckt. Hier, äh, Berlin bringt mehr als zwölf Wertstoff sammeln. Wagen und ich habe 16 Stamm, äh, Wertstoff, äh, äh, 16 Müllautos von der anderen Seite. Muss ich da jetzt echt nochmal einen, äh, ich tue mal kurz die Stadt wechseln. Und zwar wollen wir da drüber. Ich will wissen, ob das jetzt hier nebenbei weitergelaufen ist. Und Nö. Sieht alles gut aus. Ich glaube, ich setze hier noch ein Müllding hin. Damit ich mehr... ...mehr von den, ähm, Fahrzeugen bauen kann. Da ist die da. Na? So. Und jetzt mal gleich noch eine Müllverbrennung hin. Gut. Eigentlich reicht da drüben auch eine. Nachdem, während ich drüben bin, ist sowieso nichts passiert hier. So. Schöne Müllentsorgung. Und Abwasser, wie sieht's denn da jetzt aus? Wasser an Nachbarn verkaufen. Kapazität an Nachbarn verkaufen. Das läuft auch. Äh. Die verkaufe ich auch an Nachbarn. Hier werde ich mal nochmal... ...einfach nur... ...um mir vielleicht noch ein paar Einwohner reinzukriegen. So. So. Einwohner kann man hier nicht genug haben. Jetzt möchte ich ganz gerne Müll... ...ja. Darüber. Und da setzt man jetzt alle 32 drauf. Komm einlassen... ...ja. Setz mal alle 32. So. Dazu haben wir sie doch. Und wir gehen wieder... ...rüber. Na? Das schließen. So. Hallo. Raus. Derzeit. Laden. 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 ... Jetzt. Jetzt muss ich vor allem mal was Abwasser angeht gucken. Kann ich denn was kaufen? Abwasser. Immer noch Null in der Region verfügbar. Was geht denn ab? Es gibt doch hier Abwasserdingens. Hm. Blick ich nicht so ganz. Aber Müll müsste doch eigentlich... Ich hab ja hauptsächlich erstmal nur Recyclingfahrzeuge rumfahren. Ich würd sagen, wir gucken uns nochmal, bevor wir jetzt die Folge beenden, würd ich mir ganz gerne nochmal unsere Nachbarn anschauen. Besuchen. Also Geld macht er ja ohne Ende. Nach Berlin. So. Schauen wir mal. Das hier war doch Krankenhaus, genau. Krankenhaus hat er hier. Krankenhaus hat er, Recyclingcenters. Das Ding sieht aus wie eine Kläranlage und es ist ein Burgerladen. Okay. Er hat hier auch, soweit ich weiß, die Add-ons nicht. Also er spielt noch mit dem Grund-Basis-Spiel. Ich glaub, Limited Edition hat er. Steht das nochmal dort? Ne. Hm. Was hat er hier? Kohle. Freie Fabrik. Hm. Also sehr optimal ausgebaut, was jetzt vor allem die ganzen Quadrate und so angeht. Kann man eigentlich schon lassen. Maxisman hat er. Was? Ich kann die Leute auch. Okay. Ich kann ja Maxisman auch wegschicken. Ist ja cool. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal wieder die Folge. Gehen wir erst nochmal zurück nach Brunsbüttel. Und. Ähm. Ja. Zu tun ist noch einiges. Vielleicht werde ich auch einfach irgendwann mal hergehen. Noch eine zweite richtige Stadt aufbauen. Einfach nur eine, die auch optimierter ist. Die hier ist ja nicht wirklich optimiert. Internationaler Flughafen freigeschaltet. Apropos Flughafen. Du forschst noch. Ähm. Da werde ich auf jeden Fall noch schauen. Vor allem muss ich das in Offscreen mal gucken, wie man die Sky Bridges baut. Damit ich das mal hinkriege. Ja gut. Aber das sehen wir das nächste Mal. Und ich hoffe auch, dass ich endlich die Sky Bridges dann bauen kann. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.